In Nazareth lebte ein junges Mädchen. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt. Sie hieß Maria. Der Herr ist mit dir und hat dich reich gesegnet. Fürchte dich nicht, Maria. Gott ist sehr gut zu dir. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Jesus nennen. Aber ich bin Jungfrau. Wie kann das möglich sein? Der Heilige Geist wird über dich kommen und Gottes Kraft dich überschatten. Das Kind wird bedeutend werden und Sohn des Höchsten genannt. Sogar Elisabeth, deine Verwandte, wird in ihrem Alter noch ein Kind bekommen. Sie, die als unfruchtbar galt, ist schon im sechsten Monat. Denn nichts ist unmöglich bei Gott. Ich bin die Dienerin des Herrn. Möge mir geschehen, was du gesagt hast. Sogar Elisabeth, deine Verwandte, oder? Untertitelung des ZDF, 2020